Fritz, Fritz, der Mann, wie doch schrecklich träge, vermutet, heute gibt es Schläge und knüpft zur Abwehr der Attacke ein Buch sich unter seine Jacke, weil er sich in dem Glauben liegt, dass er was auf den Buckel kriegt. Die Schläge trafen richtig ein, der Lehrer meint es gut, allein die Gabe wird für heute gespendet, mehr unten, wo die Jacke endet, wo Fritz nur äußerst leicht bekleidet und darum ganz besonders leidet. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird.